Die Aufgabe heute lautet Segway fahren beziehungsweise probieren. Richtig, das ist Bernd, hi. Servus, grüßt euch. Und du wirst uns jetzt eine kleine Einführung geben. Ich werde mich bemühen. Ob wir Talent haben, das sehen wir dann gleich. Das ist Bernd, hi. Das ist Bernd, hi. I saw you staring. To my surprise you started walking my way. So very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid of love again, cause of what I've been through. But your patience for your perfect touch got me focused on you. And the possibilities got you here with me. I was broken. Yes, that's true. Ja, uns wurde gerade, glaube ich, der erste Führerschein erteilt. Also Bernd sagt, wir können jetzt so eine kleine Tour machen. Oder Bernd, fahr mal kurz hier rein ins Bild. Fahr doch ruhig mal vorbei. Wir haben beide eine Einführung bekommen und du würdest sagen, wir können auf Tour gehen. Ja, ich bin zwar schon etwas ängstlich mit euch beiden, aber ich denke, das bekommen wir hin. Ja, deswegen haben wir auch direkt Helme bekommen, aber das kriegt ja tatsächlich auch jeder, der hier das erste Mal fährt. Ja, ja, auf jeden Fall. Zwingend erforderlich. Und am Ende nennt man das tatsächlich Arbeit. Wunderbar, oder? Ja, wunderbar. Ich freue mich. Wir gehen jetzt los zusammen mit Bernd, Nico, unserem Kameramän und der Führer schon auf Probe. Ja. Den probieren wir jetzt mal aus. Der kann uns allerdings jederzeit wieder entzogen werden. Ja, selbstverständlich. Wenn ihr euch nicht anständig aufhört, auf jeden Fall. Ja. Ich bin bereit letztendlich. Ja, jetzt bin ich bereit. Ja, jetzt bin ich leid. Mein Hinatz zum Bewохrog. Ja, jetzt bin ich ehrlich. Wer war's. Ich kde. Ich bin echt die W stuck. Like I was so done Then you came through I'm feeling so renewed So I'm afraid of love again Cause of what I've been through But your face is for your perfect touch Got me focused on you Die gute Nachricht Wir sind wieder heil zurück, Linda Es ist nichts passiert Es ist noch alles dran Und Bernd, jetzt wollen wir natürlich von dir wissen Du bist jetzt eine Stunde mit uns gefahren Wie ist es denn? Oder wie waren wir? Haben wir uns gut angestellt? Also ich fand vor allem sehr schön, dass ihr euch sehr diszipliniert verhalten habt Das bedeutet, Führerschein hast du uns ja schon erteilt vorhin Wir dürfen ihn behalten Ihr dürft ihn behalten, ja Okay, das schreit nach Wiederholung, Linda Wir werden das auf jeden Fall wieder machen Werden wir auf jeden Fall machen Es macht super viel Spaß Wir sagen herzlichen Dank, dass wir das mit dir ausprobieren durften Gerne Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder Ja, wäre schön, würde mich auch freuen